Also, du kannst auch dir gerade in dem Moment wünschen, dir etwas mehr Pfeffer in deine Suppe reinzumachen. Dann probierst du sie und im gleichen Moment denkst du, ach, ich wünsche mir etwas Zucker dazu. Denn Zucker wäre jetzt besser, aber Zucker ist aus, so spuckst du einfach, einfach die Suppe wieder aus. Ach Graus, jetzt hast du auch noch die Suppe versaut. Ah, was kochen wir denn jetzt? Oder was probieren wir noch? Wünschen wir uns doch eine andere Suppe. Hm, oder vielleicht ein anderes Stück Fleisch? Wer weiß schon. Ja, und nun ist meine Wunschsuppengeschichte wieder aus. Viel Spaß noch!